Ja, hallo zusammen zu einem neuen Video. Heute geht es um, ich würde sagen, Technik, Wirtschaft und Psychologie. Also so ein bisschen um die goldenen Gesetze, die das aktuelle System am Laufen halten. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Bis gleich. Ja, also, jetzt habe ich ja viel angekündigt. Und was geht es denn genau? Also wir gucken uns jetzt das Ganze ein bisschen wirtschaftlich an. Aber nicht nur das. Wir müssen uns das auch handwerklich angucken und fertigungstechnisch. Warum? Wenn man verstehen will, wie das Ganze abläuft, muss man sich natürlich auch mit, Technik und Fertigung auseinandersetzen. Denn das ist ja nun mal ein Teil unseres Systems. Wir reden immer gerne über Psychologie und alles. Aber die Psychologie sorgt dafür, dass wir halt technische Sachen entwickeln. Und ich zitiere mal, also was eigentlich die Fertigungstechnik ist. Also kurz ein Satz aus Wikipedia. Ich werde es auch nachher unten verlinken. Also folgendes. Die Fertigungstechnik beeinflusst die Wandlung eines Werkstücks vom Rohzustand bis zum Fertigungszustand. Insofern ist ihre Geschichte so alt wie die Menschheit. So. Das reicht schon mal. Was will ich euch damit sagen? Es geht darum, wir fragen uns immer, ja, oder was heißt, wir fragen uns, wir kriegen ab und zu mal das Argument zu hören, ja, ohne das aktuelle System, so wie es ist, würde niemand das tun, was er tut. Und das Lustige ist, das sagen genau die Leute, die total verkopft sind im System, ja, das heißt, die sind halt noch mehr gefangen. So. Ähm, denn das hat damit absolut gar nichts zu tun. Warum? Naja, also, ich mache euch mal ein Beispiel. Werkzeuge und Sachen, also Fertigung, wie gesagt, ist schon so alt wie die Menschheit. Wir haben früher halt einfach Steine genommen und damit was zermahlen, ja. Selbst ein Affe nimmt einen Stock, um zum Beispiel Ameisen aus dem Baum zu kratzen. So, das ist Fertigung und Technik. Also, wir machen das automatisch. Je mehr Zeit wir haben und Freiräume, desto mehr Sachen haben wir für Kreativität und entwickelnder Sachen. So. Das heißt, wir machen das und das hat mit dem Geldsystem und dem Ding absolut gar nichts zu tun. So. Das heißt, Technik machen wir. Wir haben jetzt aber natürlich ein Cocktail hier aktuell. Der besteht ja aus Wirtschaft, aus unserem Wirtschaftssystem, das wir aktuell haben. Also, es geht jetzt mal, die Geschichte ist ewig lang. Also, wir wissen es ja. Es ist, gucken wir uns mal die Zeit von jetzt an. Es ist halt so, durch die Fertigung, also die Sachen, die wir sowieso machen. Und, ja, Steuern sind schuld, ja. Früher war es immer so, ich mache mal ein simples Beispiel, das nicht so weit weg ist. Das ist mein Land, ich bin der König, dass du dort, keine Ahnung, Bohnen anbauen darfst, kriege ich 10% der Bohnen. Okay? Zum Beispiel, ja. Ganz simpel erklärt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Steuer, ja. Und, ja. Und, ähm, was hat das jetzt alles mit der Steuer zu tun? Naja, bei der Steuer geht es darum, Steuern verursachen Fixkosten. So. Und, ähm, da gibt es so eine Sache, ich schaue gleich nochmal rein. Also, ähm, es ist so, dadurch, dass wir, ich würde mal genau sagen, das heißt nämlich Gesetz der Massenproduktion, ja. Ich will nochmal gucken, ich habe das hier nämlich irgendwo aufgemacht, links nachher, die ich euch noch reinschieben will, hier in die Beschreibung. Naja, sei es drum. Also, ja, doch, da ist es, es heißt tatsächlich, ja genau, Gesetz der Massenproduktion. So habe ich es im Kopf, also nicht, dass es jetzt so, hört sich komisch an, ist so. Warum Gesetz? Weil es weltweit überall gilt. So, und, ähm, was bedeutet das? Also, das Gesetz der Massenproduktion kommt eigentlich durchs Geld, ja. So. Warum? Du hast Fixkosten, sagen wir mal, wie Steuern. Also, wir hatten ja mal ein Video, ein altes, ich verlinke es auch nachher nochmal. Da ging es ja um die Grundsteuer. Zum Beispiel, du hast, wie gesagt, jetzt, du hast ein Land, ja, und du musst Steuern dafür bezahlen. Das heißt, jetzt, wenn du dir jetzt irgendein Grundstück kaufst und es dir gehört, dann musst du trotzdem die Grundsteuer bezahlen. Also, sagen wir mal, du bist Millionär, kaufst für eine Million etwas, ja, und hast null Euro, dann verlierst du das alles, weil du nicht die Grundsteuer bezahlen kannst. So, also Fixkosten. Und von da kommt der Ursprung, ja. Das heißt, sagen wir mal, du hättest ein Stück Land, du musst nicht dafür bezahlen und du würdest einfach dein Gemüse dort anbauen und was auch immer, dann könntest du auf jeden Fall überleben, unabhängig von anderen. So, auf jeden Fall, das ist aber wieder eine andere Thematik. Jetzt ist es so, dadurch, dass du sowieso fertig und das Ganze hin und her, jetzt ist es so, wir sind in die Massenproduktion reingekommen. So, und bei der Massenproduktion ändert sich halt nun mal der Markt und das hat was mit den Fixkosten zu tun. Denn das Gesetz der Massenproduktion sagt halt einfach, kurz gesagt, du musst innerhalb des Zeitraums, den du betrachtest, sagen wir mal jetzt einen Monat, hast du so viele Kosten, ja, dass du sie maximal, also dass die Fixkosten maximal auf die Stückzahl ausdehnst, ja. Also sagen wir mal, schaffst du Dreischicht, ja, und so weiter und voll optimiert und bla 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 und hin und her Maschinen und Automatisation und alles, was da so dazugehört. Dann zum Beispiel teilt sich die Miete halt einfach jetzt mal oder der Kredit dafür einfach auf all diese Teile auf. Ist logisch. So, naja, und was sagt uns das? Jetzt haben wir dann natürlich diese, also wer macht das zum Beispiel, also gucken wir uns jetzt mal das letzte Jahr an, Tönnies, hier Tönnies, wo es doch diesen Skandal mit den Arbeitern gab und alles, die schlafen auf Matratzen und teilen sich eine Matratze, wenn ich es richtig im Kopf habe, keine Ahnung, eine Zweischicht oder irgendwas, pipapo, das ist richtig Massenproduktion. Rein vom Markt her hat er es richtig ausgereizt, ja. Wirtschaftlich gesehen, wow, top, okay. So, also, menschlich, naja, sind wir ehrlich, nicht. Nicht menschlich. Also, jetzt haben wir diese Massenproduktion. So, und die Massenproduktion macht halt Folgendes. Das Gesetz sagt, um profitabel zu werden, muss halt einfach die Fixkosten, so gesagt, auf so viel Stück wie möglich aufteilen können. Und das gilt immer, wenn es Fixkosten gibt. Also, dieses Modell funktioniert immer weltweit, überall, wo es Fixkosten gibt. Und da wir ja Steuern haben, gibt es immer Fixkosten und sie verursachen die Fixkosten. Und jetzt war es der Vorteil, naja, wie im neuen System, bei uns gibt es keine Fixkosten. Ihr seht, der ganze Strang, der mit den Fixkosten zu tun hat, wird unterbrochen. Jetzt, damit ihr damit reinkommt, noch ein bisschen, was es alles bedeutet. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, dass natürlich, wenn man diesem Prinzip folgt, es irgendwann mal auch, es gibt das natürliche Monopol, ja, das schaukelt sich hoch. Warum? Naja, wenn ich jetzt viel produziere, dann gibt es einen Konkurrent, der macht auch viel Produktion, ja. Dann, also, wenn ich die Fixkosten gesenkt bekomme, dann kann ich Folgendes machen. Entweder ich kann vom Preis runtergehen, ja, das heißt, ich kann günstiger produzieren oder ich kann meinen Gewinn erhöhen. Das sind die zwei Sachen, die dabei rauskommen. Deswegen muss man das tun, wenn man jetzt in einer Massenproduktion ist. Und das ist man halt einfach bei den großen Konsumgütern, also Einkaufen, wo wir gehen, die sind alle Massenproduktion. Klar. Und da verschiebt sich nun mal der Markt immer dort, naja, man muss mithalten, man muss halt einfach so sehen, die können es auch nicht sagen, jetzt, die sind ja auch da gefangen, ja. Also, ich will die Unternehmen nicht in Schutz nehmen. In dem Sinne, man muss halt einfach nur neutral betrachten, wenn du im großen Wettbewerb bist und der andere macht was anderes und ist günstiger, wenn du halt bestehen willst, jetzt musst du halt deine Kosten optimieren. Es ist immer die Kostenoptimierung. So, und dann wandert man halt zum Beispiel nach China aus. Warum? Weil China pusht halt auf den Markt, das kann man jetzt hier auch gut einbringen. Also, China pusht auf den Markt, weil sie den Preis drücken. Und natürlich wissen die dann alle, wir müssen dann dort drüber, weil wir dort zu ähnlichen Bedingungen halt auch günstig produzieren können und so weiter und so fort. Und somit kann das Unternehmen weiter bestehen, weil sonst überschwemmen die ja den Markt mit den günstigeren Produkten. Und dumm sind die auch nicht, denn mit der Zeit werden die auch besser und lernen dazu und sind in Teilen sogar viel besser als wir schon. Und das heißt, das ist natürlich ein Prozess, dass die Unternehmen dort abwandern, die Großen, ja. Und jetzt muss man gucken, die Großen geben halt auch einfach die Richtung vor. Wenn so eine Bundesregierung etwas entscheidet, in die Richtung geht es bla bla bla, es gibt eine Förderung hin und her, da sind ja natürlich die Großen gleich als Erste an den Töpfen, bis der untere das checkt und so weiter. Also ihr seht schon, ne? Und ihr kennt den Kreislauf, das ist das, was bei uns so passiert. Und begründet wird das Ganze dann halt von denen, die es nicht verstehen, die dann sagen, ja, niemand würde was produzieren, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, die Steuer wird von denen erhoben, die herrschen, ja, die über das Gebiet herrschen, ja. Und, ja, hört sich jetzt so an, kommt aber halt daher, ja. Und das bedeutet, du musst für die immer mitarbeiten, dass er jonglieren kann mit dem, was er bekommt. Das heißt, er herrscht dann über das. So, und das ist so und hin und her. Also ihr seht, es kommt eigentlich durch den ganzen Mist. Und ihr wisst, wer unseren Kanal verfolgt, gibt es alles im neuen System nicht. Es gibt auch keine Fixkosten. Dadurch gibt es diesen Zirkus, sagen wir es so. Diesen Zirkus gibt es dann nicht mehr. Und wir haben wieder die natürliche Fertigung, die wir schon immer hatten, ja. Und entwickeln Sachen so, wie der Affe halt den Stock nimmt. Oder Tiere sind ja auch schlau. Also, Leute, macht euch nicht dämlicher, als ihr seid, wie wir entwickeln, sowieso und tun und machen. Und ich meine, die nächste Sache, dass jetzt alles hier Industrie 4.0 ist ja schon alter Hut. Das wird alles automatisiert, vernetzt vom Prozess, von der Entstehung der Idee bis zum fertigen Produkt soll ja alles vernetzt werden. Da werden Sachen noch umstrukturiert und geändert. Wir sind schon gar nicht mehr in Sensorik. Wir sind schon in künstlicher Intelligenz. Also, wir sind in vielen Gebieten. Und das auch ist ein Massenmarkt alles. Das Daten ist ein Massenmarkt zum Beispiel. Es ist egal, ob wir uns jetzt irgendwelche Hähnchen angucken oder Computer oder was auch immer. Das ist das gleiche Konzept. Und wir sind jetzt halt bloß in einer anderen Stufe. Es geht halt noch um psychologische Effekte und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich, worauf wir uns einstellen müssen, ist eher, dass wir uns das mental drauf einstellen. Das ist super wichtig. Denn da werden schon Sachen gemacht, technisch gesehen und alles. Die sind schon crazy. Und ja, also, darum geht es. Das ist das Problem im alten System. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Das heißt, wir haben durch die Steuer Fixkosten. Wenn man in der Masse etwas erreichen will, also Big Player sein will, dann muss man einfach die Fixkosten stretchen. Also auf so viele Stück wie möglich verteilen. Das ist die Formel. Und dann kann man entweder einen grünzigeren Preis machen oder man verdient mehr. Und wenn die Konkurrenz halt zum Beispiel nach China geht, dann musst du halt mitziehen oder du musst dein Geschäft so transformieren, dass es halt auch weiterhin ganz anders funktioniert. Aber wenn du in diesem Massenmarkt mitspielen willst, musst du hinterherziehen. Das bedeutet also, die Unternehmen sind eigentlich schon weg. Wir gehen halt weg. Das ist der natürliche Lauf. Und dann werden sie von China woanders theoretisch gehen und so weiter. Und das Spiel hört halt nie auf. Und was wir halt machen, es gibt nicht die Steuer, es gibt nicht die Fixkosten, es gibt diesen Mechanismus nicht. Wir kommen auf die natürliche Fertigung, die es eigentlich schon seit immer gibt, seitdem wir Menschen bestehen, zurück. Und können es dann ganz stillig machen. Also wir haben ja hier bei uns schon ein paar Sachen probiert. Und ich kann sagen, es ist wunderbar. Also, wir machen weiter. Ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen erklären, was die Dynamik des Systems ist. Natürlich gibt es noch Abstraktionen wie Börse und sowas. Also, ich will es nicht zu groß machen. Es geht um das Ding, Massenproduktion verstehen, den Markt, die Bewegung und so weiter und was es antreibt. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Und ihr habt jetzt noch ein bisschen verstanden, wie das jetzt aus unserer Sicht so aussieht. Ja, und daran arbeiten wir weiter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.